Saradevi und Gaj Ich kann auch ein Lied singen, das nicht im Kirtan Buch ist, das ist aber ganz einfach, das ist ein Beispiel im Kirtan für unsere liebe Mutter Kali und ihr könnt ganz einfach mitsingen. Musik 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 Jai Shri Maa 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 Ananda Madruga Devi Jagadam Dei Shri Ma Kali Kali Ma Dei Shri Ma Dei Shri Ma Kali Kali Ma Dei Shri Ma Ananda Madruga Devi Jagadam Dei Shri Ma Ananda Madruga Devi Jagadam Dei Shri Ma Dei Shri Ma Kali Kali Ma Dei Shri Ma Dei Shri Ma Kali Kali Ma Dei Shri Ma Ananda Madruga Devi Jagadam Dei Shri Ma Ananda Madruga Devi Jagadam Dei Shri Ma Banruga Devi Jagadam Dei Shri Ma